Das sind so schöne Sachen, die müssten eigentlich gar nicht weggeschmissen werden. Die Tafel ist für Bedürftige da, da steht das im Vordergrund. Und das muss man auch nachweisen, während bei uns jeder Lebensmittel holen kann. Weil meine Rente nicht so hoch ist und ich einfach ganz wenig zur Verfügung habe. Und die haben immer so tolle Sachen. Ich mache ja das, was mir wirklich Spaß macht auch. Und ich könnte mir auch eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als das zu machen.